Wir befinden uns auf dem Dach unserer Produktionshalle. Wir als Firma Alpiger Holzbau sind uns gewendet mit Holz zu arbeiten, mit dem nachhaltigen Rohstoff. Um uns als Firma auch weiterzuentwickeln, haben wir hier eine grosse PV-Anlage installiert. Wir sind hier auf einem Gebäude vom Elektrizitätswerk Senwald. Wir dürfen die Versäule zusammen mit unserem Partner, der EDION AG von Trübbach, eine Aufdach-Solar-Alage bauen. Wir machen hier eine Aufdach-PV-Anlage. Die hat den Vorteil, dass man das Dach und das Sonderdach nicht durchdringt. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.